Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Serie, naja, nicht ganz zur Serie Anonymität im Internet, aber es geht trotzdem um das Thema. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr eine virtuelle Maschine aufsetzen könnt. Die ist zum Beispiel gut, wenn ihr mal ein Virus ausführen wollt und nicht wollt, dass euer System infiziert ist oder sowas in der Art. Und ja, dazu brauchen wir zunächst mal VirtualBox und die finden wir auf der Seite virtualbox.org, wer hätte es gedacht. Und kriegt er gratis, ist von Oracle, ist ziemlich cool, also ich mag es am liebsten, es gibt andere Tools, genau. Und dann einfach installieren, es ist ziemlich easy und wenn ich es auch verpeilt habe, eine Desktop-Verknüpfung anzulegen, so wie ich auch, dann findet ihr das Ganze unter C-Programme, Oracle, Achtung, Programme, nicht Programme, X86, VirtualBox und dann die VirtualBox.exe. Wenn ihr eine Desktop-Verknüpfung habt, vergesst, was ich gerade gesagt habe, einfach draufdrücken, ihr seid fertig. So, dann seid ihr hier, ich habe schon mal drei eingerichtet, bei euch dürfte es hier noch leer sein, das heißt, ihr seht hier nichts. Hier stehen dann nachher eure virtuellen Betriebssysteme und ich habe aktuellen Windows 10. Dieses Windows 10 wurde Windows genannt, weil ich es als erstes mal testen wollte und es nicht so gut fand. Backtrack und Kali Linux und wir wollen uns heute auch einen Kali aufsetzen, beziehungsweise nicht heute, sondern in einem anderen Video. Und ja, hier einfach auf Neu klicken und dann wollen wir hier ein Linux installieren. Der Grund, warum ich Kali Linux auswähle, ist, dass ich dafür noch ein paar weitere Tutorials machen möchte und falls ihr daran Interesse habt, abonniert mich einfach. Ja, ansonsten, hier könnt ihr auswählen, was ihr für ein Betriebssystem habt. Ihr könnt auch Windows 3.1 versuchen zu installieren. Ja, nicht unbedingt ratsam, also wir wollen ein Linux installieren und zwar ein normales Linux. Okay, hier dann einfach Debian auswählen, das unterscheidet sich immer je nachdem, was ihr halt haben wollt. Also wenn ihr ein normales, wenn ihr ein Archlinux aufsetzen wollt, dann wählt ihr hier Archlinux und so weiter und so fort. Hier sind alle aufgelistet. Kali schlägt vor, es möchte unter Debian installiert werden. Und ich nenne es einfach mal Kali Tuts. So, dann gehen wir weiter und weisen zu, wie viel Arbeitsspeicher wir zuweisen wollen. Ich habe aktuell 12 GB Arbeitsspeicher auf meiner Maschine installiert. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr das Video guckt, ist es vielleicht ein bisschen wenig. Aktuell dürfte es eigentlich relativ viel sein. Ich werde dem Ding einfach mal, jetzt muss ich rechnen, 8192 müssten es sein. 8 GB Arbeitsspeicher im Prinzip geben und eine neue Festplatte erzeugen. Wenn ihr hier schon eine Festplatte habt, dann könnt ihr die vorhandene Festplatte wählen. Allerdings nicht unbedingt ratsam, weil dann geht kaputt, was da drauf war. Zumindest, wenn ihr ein neues Betriebssystem erstellen wollt. Okay, hier einfach VDI ist völlig in Ordnung, kann man lassen. Ihr könnt euch auch hier eine andere Disk benutzen, wie ihr wollt. Und dann würde ich hier euch raten, dynamisch alloziiert zu machen. Das bedeutet, wenn ihr tatsächlich nicht, also sagen wir mal, eure Festplatte, eure virtuelle Festplatte, hat eine Größe von 100 GB und ihr wollt was drauf speichern. Dann hat die Festplatte erst mal 0 GB und wenn ihr was drauf speichert, was 2 GB hat, danach hat sie 2 GB. Das heißt, es ist nur dann wirklich Platz belegt, wenn ihr auch wirklich was drauf speichert. Es ist nicht immer permanent Platz belegt. Was ziemlich cool ist, wenn man nicht so viel Festplattenspeicher hat. Okay, wir nehmen einfach mal Kali-Tuts. Wir können jetzt hier Festplatten bis zu 2 TB Größe auswählen. Wie gesagt, normalerweise sollten 50 GB für Linux mehr als ausreichen. Windows braucht da deutlich mehr, aber für Linux reichen 50 GB meistens eigentlich locker aus. Okay, so und jetzt sind wir schon fertig. Jetzt haben wir uns sozusagen eine virtuelle Maschine erstellt. Allerdings sind wir noch nicht ganz durch und zwar wollen wir eigentlich noch ein Linux installieren. Und dieses Linux installieren, das müssen wir erst mal einrichten, nämlich hier unter Massenspeicher. Und da können wir dann sagen, okay, wir haben hier mehrere Controller. Nämlich den SATA-Controller, das ist sozusagen die Festplatte. Und hier noch den normalen Controller, den IDE-Controller. Und hier kann man Medien einlegen. Also Medien sind CDs oder DVDs. Aber man muss sie nicht tatsächlich echt einlegen, sondern man kann hier einfach sagen, ich hätte gerne ein optisches Laufwerk, das eigentlich gar kein echtes Medium ist. So, und jetzt navigiere ich einfach mal schnell zu meinem Speicherort. Ich zeige euch gleich, was ich meine. So, ihr ladet euch am besten noch irgendwo eine ISO runter. Je nachdem, was für ein Betriebssystem ihr haben wollt. Das wäre dann in dem Fall Kali, was wir installieren wollen. Und das findet ihr unter kali.org. Wenn ihr ein anderes Linux haben wollt, dann schaut nach Debian, schaut nach Ubuntu, was weiß ich was. Und, ähm, oder Linux Mint, kann man auch empfehlen. Einfach hier die ISO runterladen unter Downloads, Download Kali Linux und hier dann einfach das für euch passende auswählen. Ähm, ich habe 64 Bit, was eigentlich die meisten Leute haben. Und dann kann man hier einfach auf Direct gehen und dann 64 Bit runterladen oder über Torrent, wenn euch das lieber ist. Und, ähm, ja, dann habt ihr tatsächlich schon alles, was ihr braucht. Ihr legt dann hier diese Kali Linux, ähm, ISO ein, klickt auf OK und startet euer Betriebssystem. So, und jetzt werde ich den Teil der Installation mal überspringen, weil das kommt in ein anderes Video. Und, ähm, ja, das werde ich euch dann zeigen. Bis dann. So, da sind wir wieder. Und, ähm, jetzt solltet ihr Linux installiert haben von dem anderen Video. Das, falls ihr das nicht hingekriegt habt oder noch nicht gemacht habt, schaut euch erstmal das nächste Video an, dann geht es hier weiter. So, ich habe es mal wieder komplett ausgeschalten und es geht jetzt, äh, weiter mit der Guest Auditions. Aber zunächst einmal habt ihr vielleicht im letzten Video gemerkt oder in dem Installationsvideo, dass das Ganze ziemlich geleckt hat. Und deswegen gehen wir hier auf Prozessor und geben dem alle 8 Prozessorkernen, beziehungsweise, wenn ihr weniger habt, 4 oder wie auch immer. Und da ich nur 4 habe, werde ich ihm auch nur 4 geben. Ähm, ja, und dann klicken wir einfach auf OK und dann läuft das Ganze auch ein bisschen flüssiger. So, wundervoll. Jetzt müssen wir Guest Auditions installieren. Ansonsten bekommt ihr, ähm, sehr, sehr viele Probleme mit eurem Linux, weil das Ganze dann zum Beispiel nicht auf 1080p läuft, etc., etc. Und deswegen macht es schon irgendwie Sinn. Dazu müsst ihr Linux eh erst nochmal ausschalten und deswegen habe ich das auch schon mal gemacht. Und dann gehen wir hier nochmal auf die Ändern, äh, Einstellungen und dann auf Massenspeicher. Und hier haben wir den Controller jetzt leer, da wo vorher das Installationsmedium drin war. Hier gehen wir jetzt her und wählen uns, ähm, die V-Box Guest Auditions hier. Ähm, falls ihr die gerade nicht so zur Hand habt, die liegen irgendwo bei euch rum. Normalerweise, wenn ihr sie nicht irgendwie verschoben habt, dann sind die genau da, wo ihr VirtualBox installiert habt. Unter C-Programme Oracle VirtualBox und dann hier unter V-Box Guest Auditions. Oder ihr habt sie direkt hier, so wie ich jetzt gerade. Also hier einfach V-Box Guest Auditions einlegen. Und das wird sozusagen als CD-Laufwerk in eurer VirtualBox erkannt. Und wir können Linux bzw. Kali wieder starten. So, warten wir mal ab, ähm, bis es sich denn mal hochgefahren hat. Ja, da sehen wir schon den typischen Boot-Screen und da wollen wir hin. So, sehr schön. Gut. So, jetzt loggen wir uns wieder ein. Ihr kennt das Spielchen ja. Und jetzt sollte das Ganze auch hoffentlich ein bisschen schneller gehen. Ja, viel besser. Root und Passwort. Die sicherste Kombination von irgendwelchen Administratoren, die man jemals erfunden hat. Root und Passwort. So, und jetzt habt ihr hier wundervoll auf eurem Desktop diese V-Box Additions habt ihr hier rumliegen. Und dazu braucht ihr nicht mehr viel. Jetzt geht ihr her und klickt in die Konsole rein und tippt ein. apt-get-update und, und. Das bedeutet einfach, dass ihr danach noch was ausführt. Also, im Prinzip könnt ihr auch jetzt Enter drücken. So mache ich es jetzt erstmal. Ähm, dann wird quasi euer System geupdatet. Und das dauert wieder ein bisschen. Deswegen, ähm, pausiere ich euch da mal. Okay, hat nicht so lange gedauert. Da bin ich schon wieder. Ähm, genau. Genau, und jetzt brauchen wir noch eine Software. Und Software installiert man unter Linux immer mit diesem, oder meistens mit diesem apt-get install Minus Y Linus Minus Headers Minus Und dann kommt was komisches. Ähm, Dollar Klammer auf U-Name Minus R Klammer zu So, einfach komplett so abtippen. Ähm, ich schreibe logischerweise die ganzen Sachen, die Befehle nochmal in die Kommentare rein. Äh, nicht in die Kommentare, sondern in die Beschreibung. Logischerweise, sonst wäre es ein bisschen schlecht für euch. Ähm, Und ja, dann einfach warten, bis das Ganze installiert ist. Das sind sozusagen ein paar, äh, Sachen, damit dieses Linux funktioniert wie andere Linux Systeme auch. Gut. Und jetzt warten wir. Da hätte ich euch wohl eher pausieren sollen. Aber ist egal. Ähm, ich tue es einfach jetzt. So, jetzt haben wir alles, was wir wollten. Und jetzt noch eine Sache. Dieses Teil hier liegt in Slash Media Slash CD-ROM. Das heißt, wir wollen erstmal rauskopieren, was hier drauf ist. Und das tun wir, indem wir schreiben. Also, was die Linus Befehle angeht, werde ich euch noch genauer informieren. Ähm, was ist jetzt los? Ah, ja, perfekt. Ähm, okay. Also, ihr tippt einfach genau das ab, was ich hier geschrieben habe. Also, wir kopieren damit, für die Leute, die sich mit Linux ein bisschen auskennen, ähm, V-Box. Hm, okay. Wird hier gerade nichts. Scheinbar ist es bei mir ein bisschen woanders. Das heißt, wir müssen es doch nicht ganz so easy machen. Äh, ihr müsst ein bisschen mitdenken. Und zwar, schauen wir hier, fahren hier drüber, über dieses V-Box Additions. Und dann steht hier bei mir Slash Media Slash CD-ROM 0. Manchmal ist es CD-ROM, manchmal ist es CD-ROM 0. Also, in dem Fall brauche ich eine 0 hier hinten dran. Und dann ein Slash. Und dann brauchen wir V-Box. Achtung, Groß- und Kleinschreibung ist wichtig. Linux. Ähm. Na, ohne Bindestrich scheinbar. Also, CD-ROM, ja. Jetzt haben wir es, CD-ROM 0 und dann V-Box, ähm, Linux Editions Run. Genau das ist es. Also, wenn ihr Tab drückt, wird das Ding auto-vervollständigt. Äh, das hier war gerade ein bisschen das Problem. Äh, man schreibt das hier ohne Bindestrich bei mir. Manchmal schreibt man es mit Bindestrich, manchmal scheinbar ohne. Einfach hier drüber fahren, dann seht ihr schon, wo das installiert ist. Also, bei mir Media, CD-ROM 0. Und Linux, äh, V-Box Linux Editions Punkt Run. Dann, das kopieren wir, das ist der Befehl cp. Und zwar nach Root. Einfach mal da rein kopieren, ist schon gut. Ähm, mehr brauchen wir davon auch nicht. Und jetzt sagen wir, okay, ähm, chmod 755, damit wir es ausführen können, in Root. Och, bin ich schon wieder wo drauf gekommen. In Root. Und dann die Datei, die wir gerade kopiert haben, nämlich V-Box Linux Editions Punkt Run. Also, das ist, damit wir sie ausführen können. Und dann sagen wir, okay, wir gehen in das Verzeichnis Root rein. Und wollen diese Datei ausführen. Das machen wir mit Punkt Slash V-Box Linux Editions Punkt Run. So, und jetzt wird das Ganze ausgeführt. Wenn ihr jetzt mit den Befehlen nicht mitgekommen seid, dann ist das nicht weiter schlimm. Dann, äh, einfach hier jetzt, äh, mit installieren. Und, wie gesagt, zu den Befehlen mache ich nun mal komplett eigene Videos. Also, nicht für jeden Befehl, aber, ähm, für die meisten davon werde ich, also die meisten davon werde ich auf jeden Fall nochmal extra behandeln. Und, ja, das dauert jetzt eine Weile. Jetzt ist er fertig. Und jetzt muss er immer noch ein paar Sachen bilden. Das bedeutet, ihr habt jetzt wieder alles zur Verfügung, was ihr wolltet. Ähm, sowas wie eben volle Auflösung, etc. Und deswegen sagen wir ihm jetzt einfach hier Reboot. Und jetzt laden wir uns das Ganze neu und haben ein, ähm, ja, wenn er denn mal fertig ist, Full HD Kali Linux. Hoffentlich zumindest. Also, auf jeden Fall unterstützt dann euren Bildschirm. Wenn euer Bildschirm logischerweise nicht Full HD ist, dann, äh, hat das auch nicht Full HD. So, und jetzt seht ihr, dass ihr nicht mehr alles seht. Ihr seht jetzt nämlich nur noch ein Teil davon. Das bedeutet, ich hatte nicht alles hier, ähm, und ja, so installiert man V-Box. Guest Auditions auf Linux. Das heißt, ihr seht jetzt hier nicht mehr alles. Und das bedeutet, dieses Video ist fertig, weil ihr alles erledigt habt, was ihr wolltet. Ähm, eine Sache möchte ich euch allerdings trotzdem noch zeigen. Und das finden wir hier nicht unter dem. Da machen wir jetzt erstmal die virtuelle Maschine ausschalten. So, das finden wir wieder hier unter Oracle. Wenn ihr Dateien, äh, teilen wollt, also sowohl mit eurem Host-Betriebssystem, also mit dem normalen Betriebssystem, als auch mit diesem, äh, Kali Linux oder was auch immer ihr hier benutzt habt, geht ihr her und geht auf Ändern. Und, ähm, dann haben wir hier unten gemeinsame Ordner. Und unter diesen gemeinsamen Ordnern kann man hier einfach sagen, okay, ich hätte gerne hier einen Ordnerpfad ändern. Und dann, äh, wählen wir hier einfach einen Ordner aus und nennen den halt so, wie wir wollen. Und auf automatisch einbinden, das ist ganz wichtig, dass auch automatisch geladen wird. Und dann einfach auf OK klicken, dann habt ihr automatisch schon einen Ordner, in dem Dateien drin sind. Und wenn dieser, wenn dieser Ordner Dateien enthält, könnt ihr mit eurem Host-System drauf zugreifen, also mit eurem Windows und mit dem Kali Linux auch unter dem Namen, den ihr hier eingegeben habt. Gut, ja, das ist alles für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr freut euch auf weitere Videos zu dem Thema. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.